Ich weiß ja, zwei Minuten nur Henni spielen und was soll ich machen? Ich kann ihn nicht entdecken, Alter, holt er wieder zuhause rum. Jetzt gibt's ja nicht, dass die kein Tor schaffen, ey. Unglaublich. War klasse Torrad, ey. Du, komm mal her! Komm her! Weiter, weiter! Was wird das nicht? Henni? Lauf rauf! Du brauchst nicht warten, ich krieg keine Gelbe dafür. Super, Henni. Das gibt's doch nicht. Ihr habt tausend Chancen, wir machen nicht einen Tor, alle. Und die machen eine Chance und... Hättet ihr da nicht gesehen, der hat auch keine Hinteraugen. Aber nicht nur ihr beide, ihr habt ja alle da tausend Chancen, aber keiner macht ein Tor. Guck mal, die kommen ein Mal und machen das 1-0. Guck mal, schieß! Guck mal, schieß! Guck mal, die haben keinen Bock mehr oder so. Guck mal, keiner macht mehr was. Guck mal, nicht! Guck mal! Guck mal, wer hat er nicht tycker? Guck mal, sonst klinge sie nicht. Gott nicht, wer kann ist! heap weiter! нач visiting Unity 2 Guck meiner So einfach ist das. Super, Dustin! Komm! Wenn 2-0 kommt, tust du wieder rein. Und mit allen raus. Alle guten raus. Bringt sowieso nichts mehr dann. Wie lange spielen wir noch? Drei Minuten. Und wir brauchen ein Tor wenigstens für den Unentschieden. Durch da! Kommt nur ran! Egal, du kannst alle reinstecken, da macht heute keiner mehr was. Ihr hättet schon 6-0 fehlen können oder noch mehr. Ja. Und dann auch wegen diesen komischen... Lukas, die Jacke aus. Lukas, Jacke aus. Muss nicht sein, Lukas. In drei Minuten. Lukas, du gehst im Mittelfeld. Mehr für Timur. Jede Minute können wir nur ein Tor machen. Ja, ein Tor, aber... Timur! Jede Minute ein. Wo ist die Jacke? Das ist passiert. Wo ist die Jacke? Ja! Geht doch raus! Oh, Anna! Hier! 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 Ja! Hier! 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 Tu ran! Komm! Slavo, Jacke aus! Juma, lass ein bisschen noch. Jungs, zieht Jacke an hier. Wer noch kann, da sind nur Pullovers, zieht die an. Was? Was hast du denn? Entschuldigung. Komm, ich kann mal. Wie ist der Dicke, der kleine Dicke? Der spielt ruhig. Komm, Wilka, komm! Doch, danke auch für Warnia. Weil er weiß immer, der Torwart nicht schreibt. Ey, was willst du machen? Wenn wir die noch nicht reinmachen. Ja, das ist es. Das wissen so viele schon, dann verlierst du so doof zwei. Ja. Komm, Lukas! Komm, Wilka, komm! Komm, Wilka! Wir gehen mal aber auch fest, ne? Wir gehen mal aber auch fest, ne? Ja! Gerade mit dem Fuß hat er geil gehalten, ne? Das war echt nicht schlecht. Das war's wieder. Wir gehen mal an. Was wir trinken hier? Guck mal an. Wo dein Pullover liegt. Wie ist da dein Name drauf? Guck mal, da kann Pullovers gemacht. Hier in den Serfenloch. Penny! Penny! Ja, das ist ein Fußball. Penny! Los, komm, jetzt doch mal! Komm! Ich bin ein Rumpfstum! Ich bin ein Rumpfstum! Ich bin ein Rumpfstum! Ich bin ein Rumpfstum! Ich bin ein Rumpfstum. fortune reinforcing! und, das ist echt nicht alles Screen,